Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play zu Leech of Legends. Ok, ich spiele Fiora, wahrscheinlich top, weil Brand wahrscheinlich der Supersupport bot geht. Und Fiora natürlich kein Support ist. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Leech of Legends, diesmal mit Fiora top. Ja, Fiora einer der mehr gespielten Charakter von mir. Ich mag sie, sie ist sehr wendig, schnell, kann sich heilen und so weiter. Also heilen durch Live Leech und Gegner. Ja, wir schauen mal. Es wird angezeigt, dass ich zwei FPS habe. Sehr gut. Dabei habe ich viel mehr. Wahrscheinlich hat Fraps wieder irgendwelche Probleme zu merken, dass das ein lauten Bildschirm ist und nicht irgendwie etwas zu zeigen. Und es gibt wieder sehr gute Pages von den Spielern, die extrem lange zum laden brauchen. Oh, Rengar im Jungle. Oh je. Oh, das ist mir egal. Ich bin sehr, sehr wendig. Gut und ja. Also gut. Mausweichen und so. Nicht allgemein, das bin ich noch nicht. Noch lange nicht. Komm, macht jetzt bitte. Ja, da mit dabei ist natürlich wieder der Moonplayer 22 da. Und ja, erst mit. Na, ladest du. Das sind alle 100%. Ähm, da. 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 Gutes. Wieso ist das hier? Was soll der eigentlich hier? Ah, das ist immer hier. Alle abwertungen. Alle abwertungen. Alle abwertungen. Alle abwertungen. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Oh mein Gott. I have no soup. I say top. Präzision und grazie. Ich bin unerreicht. Oh, kalt. und meine Probleme mit mir. Und meine Probleme mit dir. Also die kann man irgendwie noch... Ah, Minus. Ah, jetzt kann man die ansetzen. Aber wir machen es noch nicht. Oh, denn Timo. Timo Play. Timo-Plane wird eigentlich jetzt mal rausgenommen, dieser korrupte Ding-Anfänger-Trakte. Das machte dann sicher einen Fail. Soll das eine Herausforderung sein? Er war echt nicht von Haus. Ja, Marshall. Ich knähe das einfach. Ich bin nicht Supporter. Wir haben nur einen Support. Wir nehmen alles weg. Ich nehm ihn alles weg. Ich nehm ihn alles weg. Ich nehm ihn alles weg. Oh mein Gott. Ich flam ihn so. Nein, solche Spiele, die müssen unbedingt ganz am Anfang top sagen. Können nichts anderes machen. Sagen, wir sind die Ersten, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten. Ich bin die Erste geworden. Also bitte, sag nichts. Das sind wirklich Anfänger. Renga ist mit. Jetzt schreibt er etwas. Komm bitte mit Hilfe. Aufstellung. Ich bin unerreicht. So. Jetzt kommt er wahrscheinlich dann. So. Oh. Ich bin ein Teil der Weg. Genau. So. 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 Ja, da kannst du halt nicht springen. Ja, so geil, jetzt geht er wieder weg. Genau das wollte ich sagen. Da bin ich noch ein bisschen zu schwer. What? You! Go not in! Oh mein Gott! This is Rengar! Strong! Cool! Thanks, please. No... Spells. The first state Nurbanuf. Best flamer. Noob. Cool. Noob. 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 Hertz. Crack. Der kommt nicht! Der kommt einfach nicht! Oh noob! Oh mein Gott. So ein Noob! Setz nicht mal die W ein! Er setzt nicht mal die W ein. Ähm, wo ist das Teil? So, und dann wechseln zu Tiamat. Gut. Ah, man regt sich immer. In jedem Spiel muss so ein Vollhung bei mir dabei sein. Boah, schon drei. Denker hat Glück. Und Bot fehlt wieder extra. Der hat keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Kein Zöger. Ah, der noch mal Glück da. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Soll das eine Herausforderung sein? Soll das eine Herausforderung sein? Als Timo und ich muss ihn natürlich tanken, oder was? Oh mein Gott. Es geht ja noch schlechter. Ja, der hat schon ab. Voll Angst haben lief immer von mir. Ich bin unerreicht. Boah, der hat Doppel-Buff und haut von mir ab. Kein Zöger. Der soll jetzt mal kommen? Was macht der schon? Wieder. Ich bin unerreicht. Wer es keine Pilze hat, der hat gesetzt. Er soll mal Pilze setzen. Ja, genau. Genau. Oh mein Gott, ist das ein Vollhaus. Greif ihn an! Oh nein, ich greife ihn nicht an. Oh mein Gott.